So, gibt es hier irgendwas besonderes? Wahrscheinlich ihre Tochter. Gut. Verschiedene Dialoge gibt es. Ja, wäre schön, oder? Gut, jetzt gehe ich mal hier rüber. Schuppenkontakt. Mal gucken, klappt das? Okay, hier geht es nicht weiter. Aber da war ein Telefon. Vielleicht müsste der mal weg. Ich bin sehr hilfreich. Tja, angeschmiert. Vielleicht nicht. Was meinen Sie? Ähm... Nee, wenn dann auf diese Insel... Rufen Sie mal die Wache an. Besamtigen Sie Ihren Telefon. Wie, Sie schleichen dann vorbei? Und ich bleibe hier? Ha, das wird nicht nur so. Ich bezahle uns die Zuntredskarte. Gut. Das soll ich Ihnen sagen. Halten Sie in der Breite. Gut. Äh, ja, ja, ich bin von... Nein, nein, wie ich schon sagte, ich hatte die Frühschicht. Wie? Ah, dachte ich mir doch. Ja, aber warten Sie, das ist noch eine... Hey! Ich dachte Sie... Oh! Okay, das war gut, aber... Hey, eine Sekunde mal. Sie arbeiten für mich schon vergessen? Ich gehe also die... Die können doch nicht lang. Hallo. Äh, hi. Äh, wir haben Zuntredskarten. Tja, schön für Sie. Aber das ist eine Sturm-Evakuierung. Nur das unentfällige Personal bleibt auf der Insel. Sie müssen auf das Boot. Ja, ich meine, ich... Ich habe ein paar... Grundlegende... Wie sind Sie hier? Ich... Ich gehöre zu Ihnen. Ich bin neu. Was ist mit Ihnen? Die... Gehört... Zum Wartungsteam. Na los, sagen Sie es ihm. Was bin ich denn? Kann ich Ihnen nicht sagen. Mechanikerin, Klemmterin, Kammerjägerin, Mechanikerin. Ich repariere Sie. Wie ist die Sturm? Was genau reparieren Sie? Ihren Verstand? Ähm... Die Zäune. Ich repariere die Zäune. Regen oder Licht. Sie müssen reparieren werden. Und wo ist die Machete? Das ist ein gutes Arbeitswerkwerkzeug. Schleiden, Hacke, was Sie wollen. Hacke, was Sie wollen. Hacke, drei Gewichte. Alle Achtung! Du hoch! Du hoch! Dann habe ich keine Zeit. Wirken Sie für Sie? Was? Ich sagte, wirken Sie für Sie. Ja, ja, okay. Verschwinden Sie. Nächstes Mal sollten Sie mich reden lassen. Es ist der Kuanlaka. So, jetzt wird geladen. Es ist der Regner. Auch Ingen hätte ich diese Zug betonieren sollen. Ach Mensch, was macht er jetzt? Das denke ich auch. Ah ok, jetzt gehts los. Der Dschungel ist sehr dicht. Ist auch drobenweit. Also mit der Steuerung knappt jetzt nicht so ganz. Ich habe gerade drauf gedrückt. Jetzt hat es geklappt. Jetzt auch, jetzt auch, jetzt nicht. Und ich habe eigentlich genau gedrückt. Wie jetzt auch. Manchmal funktioniert das bei den Spielen nicht. Aber vielleicht ist es auch kein Problem, dass man trotzdem durchkommt. Ich weiß es ja nicht. Ich sehe mal ein älteres Spiel. Ich bin ganz klar damit. Wenn der Typ nicht mal wäre, wäre ich echt unerstehlich. Ach Mensch. Das ist die Stundenweisezahl. Hat er mal ein Klebeband für den Typen. Ich drücke die richtigen Knöpfe. Aber es funktioniert nicht. Ich drücke die ganze Zeit dann auf D. Einmal vielleicht drücken? Gibt es auch nicht. Der Dschungel ist sehr dicht. Gedrückt halten ist auch nicht. Nö. Also manchmal funktioniert es mit der Steuerung nicht. Die würde ich mal gerne in die Batterie rausnehmen. Also links, also A funktioniert. Aber links funktioniert nicht. Die hat Erfahrung. Aber ich komme langsam durch hier. Auch wenn ich mich hier verhauere. Obwohl ich die richtigen Knöpfe drücke wollte. Und dass ich sie nicht stundenweise bezahle. So. Okay. Na komm. Komm ich hier durch noch durch den Urwald. Langsam müsste es ja gehen. So eine Marete ist ja... Ja. Deswegen brauchst du eine Marete. Das ist ein Wunderwerkzeug für alles. Ich war selber noch nicht im Dschungel. Ich kann es selber nicht beurteilen. Aber ich denke mal... Da... Da ist der Boden schon etwas dichter als hier. Und fester. Da. 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 Die eine Marete ist gut geworden... sind wir durch ich hoffe es scheint so abgeschlossen ich glaube kommen wir meinen sauerbraten gleich näher oder muss ich noch lange warten es geht ihr um das was drin bleiben soll der weiß mehr als wir glauben also uns glauben machen möchte was für ein zoo nein das verstehe ich nicht was für ein zoo so gehen wir mal hier durch ich glaube ich hätte jetzt schon die würden ja nicht so gleich gibt es was elektrik elektrizierter was elektronisches kein strom drauf ok was für ein schisshase aber erst mal gucke ich ja ob hier noch links was ist da unten hier oben vielleicht also rüber so mensch sattdor ich drücken muss ich habe die röse gepullert wenn die klettern drüber da ist so viel abstand dazwischen sie könnten unten durchgriechen was ist los was ist los es ist es doch kein maquino wie ein vogel wie nett wie drauf gegangen ist weiß man ja aus dem ersten künfern schweißig park so 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 nächstes speicherort vielleicht lädt gut dann ist erstmal für mich eine pause alles so es ist ganz nah es ist zu dunkel ich brauche Licht wo ist ihre taschenlampe die haben sie ach ja habe ich sie fallen gelassen haben sie etwas gesehen verfluchtet hier drüben na also oh man oh man hey Nedry stecken sie fest oder was Nedry ich mache das jetzt mal kurz ähm es ist abgespeichert ich mache in der nächsten folge weiter gleich kommt der T-Rex er begrüßt mich jetzt wieder ich dachte gut wir sehen uns in der nächsten folge bis dahin noch viel spaß und tschüss bis bis Vielen Dank.